Heute gab es wieder Müsli und mit Milch, ja. Entschuldigung, Handy ganz kurz, sorry. So, wir gehen. Oh! Ja, immer wenn ich daran denke, dann überkomme ich so ein peinliches Gefühl. Ich versuche mich zu beruhigen. Also, meine Mutter wollte mich schon zum Psychiater schicken, weil sie findet das nicht mehr normal. Ich glaube, das längste waren mal 50 Minuten. Zum Beispiel setze ich mich hin, manchmal meditiere ich. Und das ist wirklich nicht so toll. Und das kürzeste 5 Sekunden. Aber das hilft nicht wirklich, Yoga hilft auch nicht. Jetzt haben leider schon ein paar Freunde von mir die Freundschaft gekündigt. Irgendwie das ist, das soll ich Ihnen jetzt zeigen. Also, ich würde zum Beispiel mit dem Staubsauger. Das ist ziemlich schwierig. Naja, das Küssen... Naja, also ich... Einfach zu zeigen. Wird vermutlich ganz schlimm anfangen zu zittern. So überall und... Gegen die Watt werfen. Ganz noch lachen. Ja. Ja, dann renne ich durch den Raum und dann... Oder... Gegen die Watt werfen. So weit für sowas mache ich dann. Zittern, Lachen und Staubsauger. Mit denen müssen wir natürlich... Auch nicht. Also da würde ich sowas... Ich weiß nicht, ob ich das jetzt so kann, aber... Krasseste machen. Wir gehen in der Luft rum wehlen und... Mit dem Staubsauger rumtaschen. Ja, da schießen! Ähm... Anstrengung. 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 Ja, also wir treffen uns einmal in der Woche... Eine Stunde zu dritt. und wir probieren wirklich das Problem aktiv anzugehen. Ah, ah, ah! Lustig? Nicht schlimm?